Willkommen, hier ist die dritte Folge von dem Weihnachtskalender hier. Hier ist auch noch... Wir sind auch gerade dabei... Wir sind auch gerade dabei, hier die Folgen zu machen, aber jetzt wollte ich das noch nicht machen und beginnen wir auch eigentlich. Hier haben wir jetzt den... Ich kann durch die Kamera richtig scheiße sehen. Den dritten Event. Und dann machen wir mal auf. Weil diesmal habe ich den noch nicht aufgemacht. Ach, bitte mach nicht kaputt. Ich habe das Türchen halbiert. Und das war wichtig. Also, in der letzten Folge haben wir diese zwei, der ist ungekippt, äh, gemacht. Und ja, ist gerade etwas schwierig, hier zu zeigen, weil ich muss jetzt eben das Ding stützen. Äh, brauche ich nicht, ich könnte Hilfe gebrauchen. auch, ich kann mal sowas nehmen. zu kurz. Okay, guck. Wä? Entschuldige Leute. Wir haben nicht vor, vor eben... das... Das geht nicht, geht nicht. So. Das hält nicht. Das hält doch ganz gut, aber nicht zu mir. nur zum Weihnachtskalender. Ja. So gut? Mhm. Und zwar, jetzt holen wir das raus. So ist das. Warte, warte, warte. Ja, ist auf. Und jetzt, warte, ich klicke kurz ein bisschen an die Wanne. An der Seite, das Türchen sieht man gerade nicht, weil ich an der Seite mache, klicke das mal kurz. Kuchen gehen wir. Ja. Die. Währenddessen kann er etwas eher näher. Kann Mauti... Guck da. Da, das ist der. Kann Mauti zeigen oder so. Das ist Mauti. Das ist ein Maskotzi. Das ist ein süßes Maskotzi. Also auf hier. Mach mal näher. Warte, ihr Gesicht sieht man noch nicht. Während ich aufbauen. Entschuldige, dass wir hier noch hinten drin haben. Da. Da, man hat es gesehen. Man hat ihre Zunge aufgezählt. Gestern haben wir auch ein Haufen Folgen gemacht. Gemacht? Ja. Heute machen wir auch wieder ein Haufen Folgen. Darf ich schon wieder zu dir kommen? Äh, noch nicht. Äh, dann zeig doch mal irgendwas anderes. Äh, warte, ich muss... Hier ist natürlich die Minecraft-Welt. Hier da unten bin ich. Spielen vielleicht noch gleich etwas offline. Und wir machen noch ein neues Projekt. Ja, fangen wir rein. Und hier ist der Kugengamer. Hier bin ich. Hier mit meiner schönen Truhe. Und meinen schönen Sach. Kugengamer will ich etwas bestellen und steht vor meiner Bar. Nein. Und wieso stehst du da? Äh, nur so. Nein, du willst etwas bestellen. Ich bin betrunken. Nein, du willst betrunken sein. Bin ich schon. Nein, bist du nicht. Bin ich schon. Nein. Man kann nur bei mir bestellen, wenn nicht. Natürlich wieder Mauzi. Es ist Mauzi-Time. Es ist Mauzi-Time. Äh, wie viel Uhr ist das Kuchen-Gamer? Keine Ahnung. Also, auf jeden Fall ist es Mauzi-Time. 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 Er macht das, was die Mauzis tun. Mauzi-Time. Mauzi-Time. Der ist gerade etwas durchgeknallt. Das ist Mohawzi. Wo ich gerade aufbaue, ist es Mohawzi. Ja, und ich kann dir mal kurz was zeigen. Da hinten ist das Kuchen-Gamer von Lego. Das ist ein Lego von Kuchen-Gamer. Das ist ein Haufen Gamer-Lehrer. Oh ja, ist ein ganz großes. Wir haben gestern noch mal ein bisschen gespielt. Ich spiele fast jeden Tag noch viel. Ja, mein, das ist noch nicht so gut. Aber es ist wirklich schon ganz viel. Eine ganze Menge. Hallo, wo ist der? Da ist der T-Rex. Wo ist der Pauzer? Er hat der Ragen. Ey, Drachli. Mauzi-Gamer raus. Lass ihn drin. Ja, ich lass ihn auch drin. Er versucht, die Tür aufzupacken. Das ist natürlich ein R. Guck mal, wie er da so traurig weint. Er weintlich, er ist ein Mann. Er har versucht, die Tür aufzupacken. Er hat das fein lassen. Für die Güne-Löte, ich gucke, hvernig geist. Kratzer ist? Ja, wenn der Session sitzt. Das ist ein lieblicher Fall, Mann. Ja. Was? Okay. Ich weiß, ob er irgendwas gemacht hat. Ich glaube, du solltest ihn rauslassen. Ja, sollte. Ich bin natürlich sofort aufgestanden und rausgegangen. Was auch genau zieht, Mann. Er ist fertig, können wir geben. Er gibt nur noch vier. Also, Leute, entschuldige, dass das Video etwas länger gedauert hat. Er muss es nochmal aufbauen. Musste ich. Wird auch, glaube ich, nicht mal so vorkommen. Ja. Und zwar ist das jetzt hier ein... Tierjäger. Und zwar ein Bomber. Ja, ein Bomber. Die können wir hier hin. Ja. Oh, warte. Hä? Okay. Also, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss.